Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem Recap zum Thema der Aktion des BVCD, Dokumentation Wildes Campen, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen neutraler. Jeder, der die letzte Podcast-Folge gehört hat, weiß natürlich sofort, um was es geht. Nochmal kurz zusammengefasst, ging es in einem ersten Dings darum, dass der BVCD ein Newsletter rausgegeben hat, mit dem Aufruf, Campingplatzbetreiber anzuhalten oder was auch immer. Die haben halt Campingplatzbetreiber dazu aufgerufen, zu sagen, hier, wenn euch Freistehplätze, Wildcampingplätze bekannt sind, wenn ihr da irgendwas seht, dann dokumentiert das Ganze, wo das genau ist, wenn möglich, macht Fotos und wie viele Fahrzeuge, Personen da unterwegs sind. Und das Ganze, diese ganze Aktion hat letztendlich neben dem mediales Aufsehen erregt, das dann letztendlich zu einem regelrechten Shitstorm geworden ist. Da das Ganze natürlich extrem unterschiedlich aufgefasst wurde, insbesondere in den sozialen Medien. Der BVCD hat daraufhin auch ganz schnell eine Stellungnahme auf der Webseite veröffentlicht. Und aufgrund dessen, dass ich das ja auch als Podcast meine Meinung, meine Auffassung da dazu rausgegeben habe, in der Podcast-Folge hat sich der BVCD auch über Instagram bei mir gemeldet und ich hatte denen ja auch noch eine E-Mail geschrieben und sie eingeladen in den Podcast, dass man das Ganze nochmal ein bisschen aufarbeitet, da nochmal Stellung bezieht, wie es vielleicht eigentlich gemeint war. Das war auch, weil die Stellungnahme dann recht schnell draußen war und dann klar war, wie es grundsätzlich gemeint war, hatte ich eben angeboten zu sagen, hey, kommt doch hier in den Podcast, reden wir da mal drüber, um euch hier noch eine Plattform zu bieten. Leider klappt es zeitlich nicht, dass wir hier ein Interview hinbekommen. Das finde ich schade, aber ich kann es auch verstehen, die haben letztendlich mit dem ganzen Corona-Wahnsinn auch genug am Hut, um irgendwann mal die Möglichkeit zu haben, endlich, dass die Campingplätze wieder aufmachen dürfen. Ich habe die Stellungnahme auf der Webseite und eben der BVCD hat auch gesagt, eben sie haben ein Interview gegeben in der Reisemobil International, wo es genau um dieses Thema ging und dass man das da nachlesen kann und das habe ich beides gemacht und die Stellungnahme und das Interview, das schriftliche jetzt zumindest mal in der Reisemobil International, das verlinke ich im Blogpost dazu. Da kann das dann jeder nachlesen, wo dann erklärt ist, wie der BVCD das denn eigentlich gemeint hat. So, was ist jetzt Teil des Recaps sozusagen? Also sind wir so ein paar Punkte, die ich da aufgreifen wollte, weil die Woche war natürlich, ja, also die hat es in sich gehabt. Also ich habe außerordentlich viele E-Mails bekommen, außerordentlich viele Nachrichten und das Schöne ist, komme ich später noch dazu, was ich daraus auch alles so entwickeln kann und deswegen möchte ich da einfach nochmal so ein bisschen drüber erzählen, sinnieren oder was auch immer. auch mit dem Hintergrund wissen jetzt, was der BVCD mir, was sie mir über Instagram geschrieben haben oder gesagt haben per Sprachnachricht und halt, was ich auch an E-Mail-Feedback bekommen habe vom BVCD, von allen anderen etc. Also das Erste ist natürlich, was halt ist, wenn man jetzt so die Stellungnahme und das Interview durchliest, dass es halt einfach außerordentlich schlecht oder außerordentlich ungeschickt kommuniziert wurde, was genau die Intention dahinter ist. Ich habe es ja in der Podcast-Folge schon gesagt oder halt auch dann bei YouTube wird ja die Podcast-Folge auch veröffentlicht. In den Kommentaren habe ich es dann auch nochmal geschrieben, nachdem die Stellungnahme draußen war. Und es war nie die Absicht des BVCD, dass hier einen Aufruf zu starten, dass Campingplatzbetreiber oder Personen XY andere Camper denunzieren, fotografieren, in ein schlechtes Licht irgendwie rücken soll. Grund dessen ist halt natürlich, dass der BVCD in der Politik natürlich in Berlin da versucht natürlich irgendwie mal beizukommen, zu sagen, hey, macht endlich die Campingplätze auf, das funktioniert so, alles nicht, wie ihr euch das denkt. Die Intention dahinter ist, dass Reisen halt nicht aufgehalten werden kann, eben es sind genug Leute mit dem Camper unterwegs. Und das verstehe ich dahingehend voll und ganz, wenn man mit solchen Sachen halt irgendwo hingeht und das basiert einfach nur auf irgendwelchen Aussagen, Mutmaßungen aus, ich weiß es selber, ich habe es halt von zweiten, dritten, vierten noch gesehen, man hat keine verlässlichen Zahlen, keine belastbaren Zahlen, irgendwie wo man sagen kann, hier guck mal da, da stehen jedes Wochenende so viel rum, dort ist sowas. Also die Leute reisen, aber wir lassen die Campingplätze trotzdem zu. Also diesen Widerspruch in sich letztendlich, die Leute sind trotzdem unterwegs, aber Campingplätze lassen wir zu und die Stellplätze auch für Wohnmobile. Und trotzdem stehen die Wohnmobile irgendwo rum, sagen wir es mal ein bisschen salopp. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, wenn man da natürlich keine krassen Zahlen irgendwie hinlegen kann oder irgendwie sagen kann, guck mal hier haben wir eine Karte von Deutschland, so und so viele Leute stehen da, so und so viele Fahrzeuge sind da, da sind überall Stellplätze. Die Google Maps Karte ist quasi mit roten Pünktchen zugeflastert, weil überall frei gestanden wird, abseits von Camping- und Stellplätzen. Das hat natürlich schon eine andere Aussagekraft dort oben, sag ich mal in der Politik, wie wenn man da nur mit mutmaßlichen Zahlen ankommt. Also grundsätzlich ist es so, ich kann die Idee und die Intention, welche der BVCD damit letztendlich hatte, kann ich voll und ganz verstehen und kann es auch nachvollziehen, eben dass man so belegbare Zahlen und Daten halt braucht und haben möchte, um da einfach überhaupt irgendwie punkten zu können, weil sonst sieht man da halt wahrscheinlich vielleicht gar kein Land oder nur noch schlechter halt. Aber es ist halt wirklich saumäßig blöd kommuniziert und halt letztendlich dann halt auch entsprechend aufgenommen worden, um was halt letztendlich diesen Aufschrei, der dann regelrecht zu einem Shitstorm geführt hat, ja, geendet hat. Also letztendlich, der BVCD hat es im Interview auch, glaube ich, gesagt, es wird Ihnen so nicht nochmal passieren. Das wurde eben, war nicht so gemeint, wie es halt letztendlich ankam und man hofft halt, dass das damit aus der Welt geschaffen werden kann, beziehungsweise das halt okay ist. Was mir einfach aufgefallen ist durch das ganze Feedback und auch die ganzen Kommentare, die ich so überall gelesen habe, trotz allem glaube ich, ich mache es ja auch, also mich hat das ja auch extrem genervt. Ich habe auch gedacht, alter Verwalter, was haben die da vor? Geht es denen eigentlich noch zu gut, so einen Aufruf zu starten? Und habe ja da auch ein bisschen mitgewettert und gesagt, das geht ja mal gar nicht. Sauerei und alles. Aber trotz allem ist es auch so, wenn man das jetzt mal alles nüchtern betrachtet und halt auch die Stellungnahme liest, die Kirche muss man halt auch einfach mal dann letztendlich irgendwo im Dorf lassen. Und es gibt dann schon so ein paar Kommentare, die auch wirklich zum einen unter die Gürtellinie gehen, wo ich sage, also das ist jetzt keine Kritik mehr, das ist einfach nur persönliches Ankeifen. Beziehungsweise andere Kommentare waren dann so weitgehend, dass Leute sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt halt, damit hat sich der BVCD komplett ins Aus geschossen. Ich besuche jetzt gar keinen Campingplatz mehr, wo der Campingplatz Mitglied des BVCD ist. Und da denke ich mir, what? Wieso? Was kann der Campingplatz dafür, wenn der BVCD so eine Message rausschickt, die halt falsch aufgefasst wurde? Oder auch ein Stellplatz, wenn man sagt, hier war diese Stellplatzkette, der Stellplatz da, der ist hier Mitglied beim BVCD, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Das haben sie sich jetzt da mal ordentlich halt verschissen, sozusagen. Das ist ja der völlig falsche Ansatz. Also in Campingplätzen und Stellplätzen geht es eh schon schlecht. Wir sind froh, wenn sie wieder aufmachen. Aber wenn sie aufmachen, gehen wir nicht hin. Irgendwie ein bisschen blöd. Zumal das halt letztendlich auch, gerade wenn man sieht, die ganzen Campingplätze und auch Stellplätze, wo da halt auch Existenzen auf dem Spiel stehen, da dann hinzugehen und zu sagen, ja, da gehe ich nicht mehr hin, weil ihr seid beim BVCD. Die haben da mal blöd gemacht. Die haben da mal eine blöde Schiene gefahren. Die haben sich da einmal versemmelt. Und euch besuche ich nicht mehr. Also ich würde nie, also der Campingplatz kann ja da nichts dafür. Also letztendlich, klar, der ist Mitglied beim BVCD und alles. Aber also ich meine, letztendlich sind wir ja alle wieder froh, wenn die Campingplätze, wenn die Campingplätze und die Stellplätze, wenn das endlich mal wieder losgeht und wir alle wieder losziehen können mit dem Wohnwagen und Wohnmobil. Und ich sehe es auch so, deswegen auch diese Podcast-Folge nochmal so ein bisschen so ein Recap dazu. Es wurde ein Fehler gemacht. Es wurde halt, ja, Fehler in Anführungsstrichen. Es wurde halt schlecht kommuniziert. Und man hat es berichtigt, hat nochmal klar Stellung bezogen, was eigentlich damit gemeint ist. Das kann ja durchaus bei jedem mal vorkommen. Also es ist ja, und dafür jemanden für immer und ewig irgendwie zu verurteilen und zu sagen, ist alles ab sofort, ist das alles schlecht, was ihr macht. Zumal sie halt das ja auch gut argumentieren haben können und nicht irgendwie aus heißer Luft irgendwie sowas kommt. Kann ich das Ganze, sehe ich das Ganze, komm, lass es irgendwann mal gut sein. Schwamm, also nicht schwamm drüber, weil ich sehe nach wie vor die Herangehensweise irgendwie so ein bisschen kritisch, das über eine Karte zu machen, dann vielleicht auf der Webseite zu veröffentlichen und all sowas. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon. Ich kann die Idee verstehen, die Intention dahinter, auch wenn ich es nach wie vor nicht begrüße, aber mein Verständnis ist da. Geil ist es trotzdem nicht, um das mal so zu sagen, aber eben, ja, wir sind alle wieder froh, wenn die Camping und auch die Stellplätze, wenn die endlich wieder öffnen können und auch als, wenn jetzt jemand mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder mit dem Kastenwagen oder so und tendenziell generell eher mehr der ist, der sowieso entweder nur auf Stellplätzen steht oder halt vielleicht auch Wildcamper oder Freisteher ist. Letztendlich sind doch auch mehrheitlich diese ihr auch froh, wenn die Stellplätze wieder aufmachen, wenn man Zugriff hat auf Fähr- und Entsorgungsplätze, wo man halt mal für ein bisschen Geld hingehen kann und sagen kann, okay, ich tue mal Abwasser entleeren, tue mal Frischwasser auftanken, hänge mich vielleicht mal schnell an Strom. Letztendlich sind wir da ja alle froh, wenn das wieder endlich möglich ist. Also, so und jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, gibt es noch einen kurzen Ausblick, was denn sowas alles auslösen kann. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn das mit dem BVCD auch klappt mit einem Interview. Wie gesagt, zeitlich halt bei denen leider nicht machbar. Aber immerhin ist es so, dass mich Campingplatzbetreiber auch angeschrieben haben. Mit denen habe ich dann auch so ein bisschen mich ausgetauscht. Und wenn alles klappt und wenn das funktioniert und wir das hinkriegen, dann gibt es demnächst ein Interview mit einem Campingplatzbetreiber, mit einer Campingplatzbetreiberin, wo wir genau darüber sprechen, wie denn die aktuelle Situation auch für so Campingplatzbetreiber denn letztendlich ist. Und auf dieses Gespräch freue ich mich schon mega, weil da kamen schon ein paar Infos rum, wo ich selber gar nicht dachte, was da alles möglich ist und so. Und was Campingplätze eigentlich dafür mittlerweile getan haben oder tun können, um halt Hygienekonzepte zu haben. Ich meine, die hatten sie ja schon im Herbst, aber eben da, also was da noch dazu kam, das fand ich schon beeindruckend, wo ich nicht mal wusste, dass es sowas gibt. Von dem her freue ich mich unheimlich über dieses Gespräch und ich hoffe natürlich, dass insgesamt die Einsicht kommt, dass wir Camping- und Stellplätze bald wieder öffnen dürfen. Und ich würde mich für uns Camper aus fahrender Sicht natürlich da wirklich drüber sehr, sehr freuen, dass man endlich wieder losziehen kann auf Campingplätze, Wochenendurlaub etc. pp. Und natürlich auch freue ich mich für alle Campingplatzbetreiber und Stellplatzbetreiber, wenn die ihre Plätze wieder aufmachen dürfen. Und das wünsche ich uns allen und hoffe jetzt, dass dieser Fehltritt, der da passiert ist, da wir der BVCD seine Lehren rausgezogen haben und dass wir dann Zukunft die Politik da doch dazu bekommen, das Ganze dann irgendwie mal hinzubekommen, dass wir endlich wieder campen gehen dürfen. Also das war es nochmal so, Feedback der Woche so, was ist da passiert, was ist so vorgefallen, was habe ich an Feedback bekommen, wie ist die ganze Sache so verlaufen, was habe ich mitbekommen. Mal so ein kurzes Ding, was so zu mir herangetragen wurde. Also wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020